Wie gut, ist Uppercuts Topseller, die Deluxe Pomade. Ich habe jetzt hier die Reisegröße bestellt, gehe jetzt aber mal von der normalen Größe aus, von der 100 Gramm Größe, wie ich das immer mache. Die kommt nämlich in so einer flachen Blechdose, ähnlich wie die matte Pomade von Uppercut. Vom Design her, jetzt nicht unbedingt mega ansprechend, aber all in all, eine solide Verpackung. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen sehr merkwürdigen Geruch, der meiner Meinung nach nicht zu einem Haarstein-Produkt passt. Irgendwie riecht das Ganze nach Kaffee, so ein bisschen nach Karamell, absolut nicht meins. An dieser Stelle trotzdem ein Trostpunkt. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 40% leider nicht. Kommen wir zum Claim vom Hersteller. Der Hersteller verspricht mit diesem Produkt einen hohen Halt, ein glänzendes Finish und das Produkt soll easy nur mit Wasser aus den Haaren herauswaschbar sein. Ob das wirklich der Fall ist, finden wir jetzt heraus. Meine Vorherfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Ich habe meine Haare heute Vormittag mit Shampoo und Conditioner gewaschen und diese trockenen Haare sind jetzt die Grundlage für das Styling. Weiter geht es mit der Konsistenz des Produktes. Wir haben hier eine etwas dickere Pomade. Wenn man die aus dem Tiegel herausholt, dann merkt man und sieht man wahrscheinlich auch, was ich meine. Die ist aber dennoch relativ weich. Deshalb funktioniert das Auftragen in die Hände auch easy, geht locker, einfach von der Hand. Wenn man das Produkt etwas in den Händen verteilt und auch in den Händen verreibt, dann verschwindet das Produkt rückstandslos, genauso wie es sein sollte. Kommen wir zum Styling. Ich habe das Produkt logischerweise dann vollständig in meine Haare eingearbeitet und um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, habe ich dann einen groben Kamm dazu genommen, damit ich dann meine Haare a. ein wenig ordne und b. natürlich auch das Produkt überall in meine Haare verteile. Ich hatte dann das Gefühl, dass ich nicht genug Produkt in meinen Haaren hatte, habe dann noch ein bisschen nachgelegt, heißt, habe so ein bisschen geschichtet mit dem Produkt, später dann noch einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Feinheiten und meine Seiten etwas zu ordnen und war dann sehr schnell da, wo ich sein wollte. Und die Nachherfrisur sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem guten Halt geworben und der ist auch tatsächlich hier drin. Ich konnte meine Powerwellen vorne in meinen Haaren mit dem Produkt gut bändigen und das heißt schon was, im Laufe des Tages lässt der Halt etwas nach, dennoch ist der Halt vollkommen in Ordnung und gut. Kommen wir zum Finish. Ihr bekommt genau das, was hier drauf steht und zwar ein glänzendes Finish auf der Skala von 8. Passt hervorragend. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Bei der Auswaschbarkeit muss ich sagen, diese wasserpositive Pomade lässt sich gut auch nur mit Wasser aus den Haaren herauswaschen. Das kann ich an dieser Stelle bestätigen. Und zum Preis. Ich gehe hier beim Preis jetzt auch wieder von dem 100 Gramm Produkt aus, so wie ich das immer mache. 100 Gramm von der Deluxe Pomade von Uppercut. Kosten aktuell 21 Euro und für dieses Produkt finde ich das ein faires Preiszeichnungsverhältnis. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Grundsätzlich kann man das Produkt Leuten empfehlen, die kurze bis mittellange Haare haben und die einfach diesen Sleek Bag Dandy Look kreieren wollen, ohne nochmal ein zweites oder drittes Haarsighting Produkt zu verwenden. Die einfach nur ein Produkt haben möchten und damit diesen Look kreieren möchten. Und für die der Geruch tatsächlich auch absolute Nebensache ist. Aber genau für die Leute ist dieses Produkt auf jeden Fall eine Option. Totale Punktzahl. Die Deluxe Pomade von Uppercut bekommt 37,5 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haaresteilen.